In unerwarteten Situationen wie einem Stromausfall können Sie mit der manuellen Bremsfreigabe die Sache buchstäblich selbst in die Hand nehmen. Diese für ausgewählte Thomson Elektro-Linear-Aktuatoren erhältliche Option löst die Haltebremse, um die Last mit oder ohne Stromzufuhr bewegen zu können. Der Anschluss erfolgt über eine Gewindebohrung, die mit handelsüblichen Baudenzügen kompatibel ist. Bei vollständig aktivierter Bremsfreigabe findet keine mechanische Bremsung statt. Dabei verhält sich die Aktivierung proportional zur auf den Bolzen wirkenden Kraft. Sobald keine Kraft mehr auf den Bolzen wirkt, ist die Bremse wieder aktiv. Dank der manuellen Bremsfreigabe kann der Aktuator mittels aufgebrachter Last oder Schwerkraft bewegt werden. Dabei muss der Aktuator mit der Stromquelle verbunden bleiben, da der Motor dann als Generator fungiert und die Energie zurückspeist. Mehr Infos zu den Elektro-Linear-Aktuatoren von Thomson erhalten Sie auf ThomsonLinear.com oder bei unserem Kundenservice.